Sie sind zwei der bedeutendsten Persönlichkeiten der Fashion-Industrie, Anna Wintour und der vor wenigen Tagen verstorbene Karl Lagerfeld. Die Chefredakteurin der US-amerikanischen Vogue und den Designer hat weit mehr als ihre Leidenschaft für Mode verbunden. Wie sehr Anna Wintour um ihren engen Freund trauert, wird jetzt bei ihrer Rede auf der Met Gala in Italien deutlich. Die sonst sehr gefasst und kühl wirkende 69-Jährige ringt bei ihrem Tribut an Karl um Fassung. Given that we're talking about gratitude, this seems the perfect moment for me to acknowledge from my heart, someone who has been a great friend and important donor to the Costum Institute and to the Metropolitan Museum of Art over many, many years, Karl Lagerfeld. Karl was the very best benefactor and collaborator, as erudite as he was generous, giving us over 120 magnificent pieces for our collection. And bearing in mind Karl's wicked and wonderful sense of humour, I know this much, he would have loved this year's exhibition. Über diese warmen Worte seiner Freundin hätte sich Karl Lagerfeld sicher sehr gefreut. nem Untertitelung des ZDF, 2020